hallo leute ja wir sind hier unten im irgendwo im nirgendwo und haben keinen blassen schimmer wo wir hier sind oder herkommen und irgendwie haben wir die orientierung auch ganz klar verloren ich habe auch noch gar kein schwefel irgendwie gesehen oder so was das ist irgendwie jetzt nicht so toll da oben ist das gewölbe und da kann man auch nichts sehen da rechts ist quarz und so und vielleicht können wir hier nochmal um die ecke gucken da ist wieder so eine komische pflanze die uns kaputt macht was sieht das so anders aus ich glaube das ist auch quarz noch nicht beleuchtet oder ja ist gerade nicht so dolle aber wir müssen auf jeden fall erst mal weiter müssen gucken dass wir irgendwie unseren aufstieg wieder finden nach dem logo gucken mal zu dass wir den weg finden so oder so ein großes bild ist und dann fahren wir mal stück vor vielleicht kann man hier lang obwohl stellen wir gerade aus und bauen wir gerade hier weg lang eingestiegen und dann weiter gefahren komme ich da lang ich hoffe es sieht erstmal gut aus okay hier ist ein loch wo es runter geht dann diese ganzen unebenheiten sind auch nicht so dolle da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie meinen schwefel den ich schon die ganze zeit suche ich weiß auch nicht wo ich da suchen müsste und nach was ich suchen müsste ist das nächste das da hinten ist wieder dingens wie heißt es malachit wahrscheinlich hier mal lang aber das war jetzt gerade schlecht aber ich glaube ich schaffte noch die kurve her ok ich habe ich da vorbei ohne rein zu krachen ja irgendwie sieht es mir hier so aus als ob ich hier schon mal war aber da links ist wieder so eine komische pflanze also war ich hier vielleicht doch nicht oder kann man hier lang ja hier rechts lang da sieht es auch nicht so aus hier ist auch wieder sowas komme ich dazwischen her ja aber hier komme ich nicht hoch kurz einmal aussteigen und hier was rüber bauen wenn wir das schon gehen jetzt die donner aussteigen weil die anhänger hinten hängen aber jetzt geht's ist ja doch weg oder ja so jetzt nicht so wirklich was hier irgendwie ist jetzt gerade musik hier angegangen wo ich keine ahnung von habe hat der stopp hier ist was im baum im berg das kann ich nicht oder schade ich dachte es wäre was das nun mal nach geht das war das untere ende davon schade ja sein könnte hätte wenn und aber gilt nicht oder wie war das was das hier rechts sieht auch anders aus was ist das ich sehe jetzt nichts tolles hier eine große höhle ich glaube so eine große höhle hatten wir noch nie gesehen oder da ist wieder so eine komische pflanze ich fahr mal da rechts weiter wahrscheinlich schade hier kommen wir noch lang oder sieht auf jeden fall so aus naja super das hat gut geklappt aufsteigen weg arbeiten kriegen wir das hin da hochzufahren ich hoffe es sieht erstmal gut aus oder ich habe keinen blößen schimmer wie es hier weitergehen soll hier ist wieder dingens ok da ist diese zirbel pflanze ok da muss noch eine sein wo kommt es her die ist nämlich kaputt das ist harz ich habe doch gerade noch eine gehört oder das ist ganz viel harz weiß ich auch nicht was das hier quatsch das ist hier das ist das hier für ein gebilde da ist so eine pflanze das war vielleicht nicht so gut so in der nähe das zu machen dann komme ich jetzt hier so lang gefahren einmal betreten und einmal hoffen dass wir da lang kommen nein nicht darunter kommen wohl nicht anders vorbei aussteigen und wieder eine schräge weg machen und gucken dass wir dann da lang fahren können schafft er das kommt jetzt ja es geht oder ja da fahren wir ganz schnell noch vorbei dann lassen wir die da wo sie ist das da sieht mir so aus als ob ich hier vielleicht schon mal war kann das sein da komme ich jetzt nicht lang dann fahren wir erstmal hier lang vielleicht kommen wir auf diese seite lang oder mal hoch ich hoffe es sieht erstmal gut aus total viele gebilde hier ist hier auch was nicht wirklich ne kommen wir da jetzt lang gar nicht kann man da abstürzen ich glaube nicht ne doch da kann man abstürzen er fährt aber zum glück noch zurück komme ich da lang doch da würde ich lang kommen wenn ich nicht so schlecht fahren würde gerade komme ich hier lang ja oh man ist das eine sucherei komme ich da hoch da muss ich auch erst wieder absteigen und das direkt zu arbeiten dann geht es auch okay da vorne ist ein teil ich glaube das habe ich auch noch nie gesehen oder hier so ein teil hier kann ich das mit strom versorgen geht auf und dann ist eine rakete drin ohne die mir nach hause schickt wahrscheinlich nicht ne kann ich das öffnen indem ich jetzt meinen koffer hier aufmache und da dieses teil da anschließe geht das ne der macht das nicht gut dann wieder ein koffer rein der war es halt nicht da ist schon wieder so eine tolle pflanze kaputt wieso geht die noch mal da ist noch eine hier weiß auch nicht warum die noch mal jingelte mal da weiter vielleicht vielleicht auch nicht hier geht es auf jeden fall lang geht es hier hoch und da ist ein buggy habe ich schon mal ein buggy hier unten gesehen ich glaube nicht oder ein trecker ein kaputter nee den habe ich hier auch noch nicht gesehen ich bin hilflos verloren glaube komme ich da irgendwie vorbei ich glaube schon oder ja was ist das das leuchtet so komisch da ach so das ist gemisch sowas habe ich hier noch nicht gesehen also keine chance wohl komme ich hier hoch ja komme ich da lang ja aber da ist er was das heißt ich müsste jetzt hier mal gerade eine brücke bauen falle ich da runter nein jetzt wieder so ein teil ich bin doch an solchen teilen vorbei gekommen oder natürlich muss wieder ausschalten weil das müsste jetzt alles voll sein einmal absteigen und einmal hier eine brücke bauen wieder aufsteigen und da lang fahren aber hier sieht es auch nicht gut aus kann ich da irgendwo lang da ist ein bisschen knapp komme ich hier lang ja müsste eigentlich gehen dass ich hier lang komme aber jetzt wieder so eine tolle pflanze was ist das da oben was ist das das schrott naja es ist schrott so jetzt sind wir hier eine schöne freifläche wo nix ist aber das hilft uns auch nicht weiter hier könnte man so ein tiefes loch fallen mich da lang ne doch nicht ne doch nicht kann ich den mal hier abbauen wahrscheinlich nicht mehr dann krieg ich da gerade nicht weg komme ich da rum ja komme ich da rum ja irgendwann müssen wir doch mal hier unseren ausgang finden oder wenn sie das aussteigen und hier was weg machen damit ich da hoch komme so jetzt müsste es schon gehen wahrscheinlich oder warum geht das nicht jetzt aber oder jetzt klappt es erstmal aber irgendwie ist das alles komisch hier ist da eine schräge dahin war nur ein schattenwurf komme ich da hin ja was ist das da da wird mal aussteigen einmal land rüber holen die pflanze die kann ich aber gerade mal schaffen ohne dass ich die mich erwischt oder und schnell hier rüber holen hier ist wieder großer platz als ob ich hier schon mal war also ich finde den ausgang nicht mehr irgendwo muss er doch hier sein ach man mit dieser bauern hier mit diesen dingern das ist ziemlich nervig ja die ehren hier schon eine ganze weile herum und sind dann hier irgendwo reingefallen wieder und da keine chance weiter zu kommen kann sie wieder abbauen hier damit du da hoch kommst ne kommt schon das muss doch mal irgendwo jetzt zu ende sein oder hier halt ich glaube hier ist was gebaut das waren wir genau was in der richtung vielleicht hierher gekommen oder sieht eigentlich so aus als ob wir hier angefangen haben und da wurde schmaler oder kann das sein dass wir da links abbiegen müssen und dann kommen wir da hin hier haben wir gebaut das sieht auf jeden fall so aus oder täusche ich mich kann mir auch täuschen dann wieder kein strom mehr gut aber ich würde auch sagen wir machen erst hier wieder einen cut und schauen zu dass wir hier irgendwie weiter kommen ich weiß zwar noch nicht wie aber irgendwo werden wir hier hoffentlich mal raus kommen und dann müssten wir weiter gucken ne ich habe keinen blassen schimmer wie es geht aber irgendwo muss hier eine ausfahrt sein wir haben ja gerade gesehen dass da was gebautes war von uns wahrscheinlich nur die frage wo der ausgang ist aber hier sind wir auf jeden fall ja schon mal gewesen weil da was gebaut ist ja weiß ich auch noch nicht müssen wir schauen ich sag mal recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wenn ich das nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao snel bis dann bis dann bei bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.